Hallo zusammen! Ja, es dauert mich mehr lange und dann ist Weihnachten und dann geht wieder das große Nachdenken und Überlegen los, was macht man zum Essen? Ich brauche mich dieses Mal nicht drum kümmern, denn wir sind bei der großen Tochter eingeladen und die macht das Weihnachtsessen dieses Jahr. Aber ich habe mir überlegt, dass ich vielleicht so ein kleines Dessert beisteuern könnte. Die hat ja auch einen Thermomix und ich habe mir dieses Mal einen Bratapfel Tiramisu rausgesucht, was ich machen möchte. Und damit das an Weihnachten auch alles klappt und ich mich nicht blamiere, koche ich das heute schon mal vor und probiere das aus und wenn ich das für gut befinde, dann wird das an Weihnachten auch auf den Tisch kommen. So, ich habe hier schon meine Kühlenschürze und die ziehe ich jetzt mal an und dann geht's los. Viel Spaß mit dem Video! Für die Zubereitung vom Bratapfel Tiramisu brauchst du Löffelbiskuit, Sahne, Mascarpone, Backkakao, du brauchst Äpfel, Weißwein, Eierlikör, Zucker, eine Bio-Zitrone und etwas Lebkuchenbewerbs. Musik Untertitelung des ZDF, 2020 Das leckere Bratappel-Tiramisu ist jetzt fertig. Ich habe das jetzt noch mit Kakao bestäubt. Wir Erwachsenen probieren das jetzt, die Kinder kriegen ein Eis. Und das Rezept findet ihr wie immer in der Infobox. Ich verlinke das zu meinem Blog. Wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn ihr mir ein Däumchen nach oben schenkt. Ansonsten abonniert doch gerne den Kanal, dann seid ihr immer auf dem Laufenden, wenn es mal wieder was Neues gibt. Ich hoffe, wir sehen uns mal wieder. Bis dann! Bis dann! Habt's fein! Tschüss! Tschüss! Okay, ja! Mmh! Ja, komm! Ja, komm, Nase, komm hoch! Oh, komm! Jawohl! Ja, komm! Ja, komm! Untertitelung des ZDF, 2020